Oh ja, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play. Das ist von Mario 64. Zum Glück war der Anfang irgendwie nicht, äh, zum Glück war das Ende vom letzten Mal ja nicht irgendwie behindert oder so. Nein, nein, nein. Verkackte, wie hab ich denn das vorhin geschafft? Ich hab das mit einem Dreiersprung geschafft. Ja. Ja genau, und dann schaffst du es nicht mehr. Als ob so, so behindert ist, liebe Schwie. Ah, ich hab dir geholfen. Wie kannst du das... Okay, wir haben es geschafft. Nein, Luigi! Ich hab's. Und jetzt runter da. Ich bin da. Hast du gesehen, wie ich... Lol. Alle Leute, die das nicht gesehen haben, die müssen zurückspulen. Weißt du warum? Nein. Ich bin auf der Lava einmal angeditscht und hab keinen Schaden bekommen. Lol. Kannst du ja später auch angucken. Wenn das Video irgendwann wieder in einer Woche draus ist, ist es... Easy. Ich glaub, hier sollten wir kurz warten. Warten, ja. Innehalten. Machst du. Und du bist schon perfekt. Oh, ein langweiliges Leben. Dass ich nicht mal aufnehmen kann. Doch, du kannst aufnehmen. Nein, kann ich nicht. Ist hier noch... Ey, hier sind ja nur diese Dinger. Hier drüben? Ist hier noch was? Hier drüben ist ne Coin. Die nehm ich. Wo ist ne Coin? Ja, genau da. Nummero 6. Man hat ja schon Schatten gesehen. Oh fuck, 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 fuck. Ich schwör dir, eines, wenn... Bei mir ist das Feuer. Ich weiß. Alter. Warms? Wie sieht's denn da aus? Okay, eine Coin ist... Wow, so richtig... Nimm die eine letzte... Was sind... Ich glaub, die sind dann doch beide dort. Okay, dann müssen die hoffentlich dort sein. Alter, ich mach jetzt erst mal... Du bist doch jetzt nicht hier. Du kranker Bastard, Alter. Nein, warum? Also die Stelle ist mit Multiplayer richtig scheiße. Weil wenn einer die... Weil... Es dürfen halt nicht beide in die Lava fallen. Weil wenn das passiert, sind wir instant tot. Und... Was? Was? Das ist echt nicht... LOL. Ja, perfektes Teamplay, oder? Ich hab mir Mühe eingesammelt. Alter, ich schwör dir, dieses Level, das macht... Das... Weil es schlimm ist, wir müssen es schaffen. Ja, weißt du, jetzt kommen wir nicht weiter. Wir müssen aber nicht die Münzen sammeln. Aber die legen eh auf den Weg. Ja, schon. Aber die sind manchmal behindert. Wenn man... Ja, aber wegen der Münze sind wir jetzt nicht gestorben. Ich weiß. Sondern wegen dem normalen Level. So. Immerhin haben wir gute Musik. Ruhig bleiben. Eichhütschön. Ja, tu ich doch. In meinem Leben nie. In meinem Leben nie. Hat das überhaupt passieren? Anscheinend schon. Warte, kriegt man die auch von da oben? Nein. Get your life, Digga. Fühlst du dich verarscht? Nein. Das ist doch so normal. Ich muss doch sowieso hier eine Koinung mitnehmen. Das weißt du. Ja, eben. Wieso kann ich den scheiß Lift nicht aktivieren? Nur weil ich das nur kann. Ja, das ist Betrug. Haben wir zwei Versuche. Ey, du schaffst es auch in der Zwischenzeit. Das ist schön. Ja, aber das. Das ist so eine Sache. Da ist der Meisterskiller, wie du jetzt. Ich bin so ein Arsch. Das wäre so bitter gewesen, wenn das. Jetzt mache ich den ersten Try. Ja, das war es schon. Jetzt haben wir uns beide behindert. Hättest du es wenigstens mit meiner Hilfe geschafft. Das ist so ein Scheißdreck, Mann. Ja, aber man muss irgendwie genügend Schwung haben und dann wieder abbremsen. Das ist wirklich, ja klar, liebe Spieler. Warten, ich habe mal eine. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist, okay? Ich weiß nicht, warum er jetzt in die Lava gefallen ist. Aber für diese Redcoin habe ich einen anderen Vorschlag. Okay. Von einem deutlich besseren. Okay. Alter, was war das jetzt? Warum ist der da? Holt bitte das One-Up. Ich will nicht draußen beim Schloss wieder anfangen. Das habe ich echt keinen Bock. Hauptsache, ich schaffe mit meinen Manövern nicht getroffen zu werden und du fällst dauerhaft rein. Nein, nein, nein. Ja, sag das mal demjenigen, der... Ja, klar, in deinem Leben. Gut, ich hole wieder die Coin. Du bringst die Goombas um und füllst die Leben auf. Du kassierst einfach mehr Schaden als ich, obwohl ich hier den Scheich mache. Alles in allem finde ich das Level gar nicht mal so schlimm. Nein, nur diese eine Scheißstelle mit dem Ruten... Bastard. Vor allem das One-Up will da immer hinter mir her, ne? Ah, jetzt habe ich es für Sam mit. Ich werde mittig... Mittig hier runter. Gut. Der kommt gleich sofort zum Bullen hier. Das ist unglaublich, was diese Leute hier... Zum Teil... Ja, komm. Jetzt nervt er mich hier. Ja, genau. Klar. Geht auch so einfach. Instant. Okay, bis hierhin geht's. Das hier ist die schwierigste Stelle dort mit der Coin. Ja, aber warte, ich habe... Alter, du behindert. Du hättest mich fast... Okay. Probier einfach mal gar nicht, da hoch zu kommen. Ich... Ach, so herum. Ich sehe es was. Ich sehe was du meinst. Naja, es war ein Versuch wert. So, doch, ich bekomme es ihn. Ich glaube es mal. Ich bin mir sicher, es klappt easy. Mit dem Dreier... Alter, was will dieser Typ hier? Ach, nee. Also, hau doch ab. Oh, das gibt es doch gar nicht. Geht doch. Ich hau hier ab von dem Typ. Ist auf jeden Fall einfacher als... ...der Scheiß, der bis jetzt war. Ich hole eine Münze. Achso. Okay, gut. Dann muss ich keine mehr holen. Ja, ich... Will gestörten! Was? Ich verliere halt trotzdem kein Leben. Ja, so als ob in deinem Leben. Sind wir ver... ...gibst du auch nochmal neben mir. Also... Ich bin auch kein kranker Bastard, ne? Nein! Hey, du kannst ja schon hoch. Jetzt heißt es so schnell wie möglich hoch. Alter. Ja, warten wir halt kurz. Ne. Ich mache auch ohne dich das Leben. Ja, also ich würde sagen, wir machen die Stelle, die jetzt nachher kommt einzeln. Jupp. Mit fokussierter Kamera. Alter, muss ich es doch zuerst machen, weil ich glaube, davor sind Gegner, oder? Ja, und die visieren mich ja an. Sowas wie diese scheiß Flamme des Grauens. Oder ein Bob-Omb. Alter, das ist irgendwie... Manchmal hast du es gesehen, dass manche... Ach, schrägsel. Warte, lasst die Münzen. Ja, aber die gehen doch weg. Wir hätten sie da lassen sollen. Das stimmt. Ja, probiert es zuerst. Okay. Eigentlich geht's. Du musst hier warten. Okay, doch nicht. Aber egal. Jetzt hier warten. Das klappt. Und dann weiter. Uh, die... Die Münze machst du. Oh, ja. Wir haben Sicherung. Okay, du... Also heißt, ich werde dann... Genau, wir lassen es so. Und ich gehe einfach... Geht das nicht? Klar geht das. Aber ich muss fokussieren. Aber mach doch nicht fokussieren, weil dann kann ich nicht die Leben holen, wenn du... Verreckst. Ich verrecke aber nicht. Ich sag nur, wenn du verreckst, dann bist du schon. Fokussieren nicht mehr an. Bitte. Jawohl. Ja. Ich hab's fokussiert losgelassen. Rechtzeitig. Zum Glück. Ja, wir sind's. Egal. Ich glaube, die letzte Münze ist da oben. Ist da ganz oben. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Nein, da ist sie. Was ist hier? Ein One-Up. Das ich nicht bekommen kann. Okay, da ist das Stern. Hol du den Stern. Danach können wir... Ah, warte. Ich muss ihn nur holen, ne? Okay, dann chill your life dort. Ja, okay. Du kannst ihn leichter holen, glaube ich, als ich. Alter, was machst du? Alter, chill your life, bitte. Ich will nicht 10.000 Mal dieses Level machen. Alter, wie? Mit einem Rückwärtssalto. Gegen die Wand. Und dann klappen die Wandsprünge auch. Echt? Ja, schon gegen die Wand, wo du einen Wandsprung machen musst. Nee, bei mir hängen wir nicht. Ja, kein Salto. Ein Seitwärtssprung, sorry. Nee, das kann es nicht sein. Nee, das kann es nicht sein. Nee, das kann es nicht sein. Oh, ne, Junge. Das... Oh. Das... Das Spiel kann das nicht ernst meinen. Das ist nicht dein Ernst. Wie lange sitzt mir schon wieder der Scheiße dran? 11 Minuten. Es gab mir nur zwei Stunden vor. Ich kann mir den Scheiß das besser schaffen. Ich glaube, ich hole die Münze, okay? Ich hole die Münze und den Stern. Ja. Ich glaube, ich bin auch der Schütze. Nein, du holst die Münze und ich hole den Stern. Ich schaffe doch schon die Münze. Stimmt. Geht's besser. Das schaffst du, weil da musst du den Mann spucken. Da muss ich ja nur ein normales Level machen. Stimmt. Du machst jetzt mal einen Schnelldurchlauf. Oh, Mio. Das ist aber easy. Das ist auch kein Teamwerk. Wir sehen dich eh nicht an. Das ist so unfair im gesamten Spiel. Ach was. Nix ist so unfair. Nein. Das woher? Das war unfair. Hol du die Königin zu dem Lüffel. Also. Deinem Leben. Fuck. Diese Steuerung ist manchmal echt... Der Aufzug kommt übrigens gleich wieder runter. Ich weiß nicht mal, wie man so einen krassen Hechtsprung macht. Was machen wir jetzt mit krassen? Sowas. Nein. Sowas. Musst du da einfach nur genug Speed haben. Äh, äh, ja. Genügend Speed und B. Oder du drückst erst zuerst mal das hier. Und danach erst den Hechtsprung. Irgendwann ganz am Ende. Kannst du auch danach erst. Ich hätt's geschafft. Wättest du... Nicht deine Scheiße war gegen... Wir hätten das von einem Level vorher auch geschafft, okay? Ich weiß, aber trotzdem... Irgendwie, ich weiß nicht wie, aber okay. Du hast es genauso ähnlich gemacht, wie ich. So, halt's Maut. Ja, klar. Stimmt, man müsste ja gar nicht. Coins holen wir auch wie vorher, obwohl ich's jetzt sogar so geschafft hätte. Ich auch anscheinend. Wir werden irgendwann Experten zu diesem Level. Also, unsere Augenmaße sind schon so angepasst an dieses Spiel, Mann. Jeder Pixel, den man sogar noch sehen kann. Ja, und nicht solche behinderte Scheiße, wie Gott eben, mit dem fucking Seitensprung des Todes. Gut, ich hoffe, ich schaff's da so. Oh, das war ja so schwer. Ja, ich glaub, ich bin fast eine Sekunde zu spät gekommen. Krabbel rum. Nein. Ich hab keine Lust. Sollen wir die Münzen hier lassen oder nicht? Ich mach mal den Bob-Bomb weg. Wir lassen die Münze. Also, ich geh jetzt erst mal wieder... Der Bob-Bomb hat keinen Bock mehr. Ja, lass ihn doch. Du lässt die Münze, oder? Die hol ich. Jep. Und ich hab's danach... Ruhig bleiben. Wenn du rumspringst, dann... Ja, aber das hat gerade sogar besser gefunktioniert, wenn du rumspringst. Okay, gut. Ich bin der Nächste. Also, du weißt, beim allerersten Mal unditschen gleich sofort entfokussen. Das war jetzt sogar richtig easy. Ja, diesmal ja. So, du holst die Münze. Ich hol den Stern. Gut. Ich geh schon mal in Sternposition. Ich weiß nicht, warum ich das... Das ist auch so richtig behindert. So. Okay. Du gehst jetzt da runter. Fokussier nur auf dich. Ich brauch die Kamera nicht. Ah. Wenn wir wenigstens den Stern schon mal haben, dann bin ich schon glücklich, okay? Ich weiß, wenn wir schmelzen. Wenn wir den Bowser verkacken, dann regt's mich ein bisschen auf. Ich hab A gedrückt, warte. Noch nicht gleich sofort. Oh, nee, doch nicht. Aber ich möchte hier... Gut. Jetzt, wenn das Spiel sich jetzt aufhängt. Okay? You bet. Jetzt haben wir es gesprayt. Eigentlich ist da, glaube ich, schon das Ding, das Trichterchen. Jep. Hallöchen, Bowser. Na, wie geht's dir, du Fettsack? Ey, du Homo. Sieht auch schon aus wie einer. Zumindest in diesem Dings. Boah, er hat ein paar Tricks gelernt. Er macht hier... Ist das Leben total schwierig. Vor allem, er selber steht einfach da. Ja. Als ob nichts wäre. Mach du mal... Oh, kann auch zu was. Stimmt, dann lass ich ihn. Alter, der Typ ist richtig scheiße, wenn der sich so dreht. Mamma mia. Alter. Ja, klar. Du, krass. Was? Was? Oh, er kann nice. Danke, Spiel. Ich glaube ja eigentlich nicht an Gott, aber in diesen Momenten schon. Du kannst schon. Ich rutsche. Fuck. Ist halt ein ganz cooler Dude. Ich hätte ihn fast bekommen. Mach. Jetzt mach ich ihn. Ich mach ihn. Ich mach ihn. Alter, jetzt bleibt er genauso. Wir fallen halt runter, oder? Ist ja schon cool. Ich hör sie. Jetzt dreh. Nein, ich bin zu schlecht. Ich vergiss immer, dass man nicht halten muss, sondern nochmal. Du kranker Bastard, Bonesa. Also, der Typ, der Typ bekommt von mir persönlich einen aufs Maul, wenn ich ihn mal treffe. Okay? Ich mach ihn, weil du bekommst ihn anscheinend nicht. Ich bin zu dumm dafür. Aber dich visiert er halt an, und mich nicht. Ja, das ist genau der Nachteil. Deshalb sollte es theoretisch einfacher sein. Theoretisch. Theoretisch. Aber du schaffst es einfach nicht, ihn dann richtig zu packen und so. Ich bin zu dumm dafür. Jetzt müsste ich ihn noch... Ja, klar. Ich hab ihm doch 10.000 Mal einen Schwanz gepackt. Nein. Ich vergesse es jedes Mal. Alter, wie? Du bist so in deinem Hirn. Das macht doch recht so einen Scheiß an, wie ich hier scheiße... So kann ich nicht an ihn dran... Was ist mit diesem Bastard los? Jetzt macht er gleich wieder das. Jetzt hätte ich ihn fast gehabt. Es ist so scheiße, dass alle Hoffnung nur in dir liegt. Ach, ich hab mich verwürzt. Es liegt alle Hoffnung nur in dir. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Dieser... Diese Fotze... Tötet mich mit seiner Ferse. Ich würde ihn gerne so anpacken am Anfang. Aber warum schaffe ich das nicht? Ja, wir wissen, dass du dich bewegen kannst, Vigi. Wir haben nur noch vier Leben, ne? Nur so, damit wir es wissen. Stimmt. Ich will doch nur einmal dich da hinten anbieten. Ich hätte ihn jetzt... Okay. Okay. Anscheinend kannst du ihn jetzt kontrollieren. Ich merke es. Ich drehe ihn so lange, bis du sagst, dass ich... Äh, dass ich... Alter, du musst selber... Du weißt ja, wie... Er fliegt gleich sofort in die Richtung, dort, wo du... Nur richtig treffen. Nur nach vorn. Jetzt... Okay. Ich weiß nicht, wie das geht. Tut mir leid. Ich habe jetzt losgelassen, wer voll gedreht hat. Aber ich weiß nicht, wie. Ich versuche... Ich versuche ihn selber. Ich hab's nochmal. Ich versuche es nochmal. Vielleicht musst du ja einen anderen Knopf drücken oder so. Nein, nein. Du musst wieder den B-Knopf drücken. Lang, oder was? Wäre einfach ganz normal. Kurz loslassen. Okay, dann darfst du das nicht anscheinend. Da passiert gar nichts. Dann darfst du es nicht. Dann muss mach ich's. Ich beende es jetzt. All for all the ball. Ach du Scheiße. Schalom, wie geht Bowser? Was sagt denn der Mario? Keine Ahnung. Schalom. Schalom. Schalom, Bowser. Das müsste doch einfacher gehen. Jetzt müsstest du nur in diese Richtung treffen. Das sag ich dir nicht. Reicht das schon, oder hat der noch zwei Leben? Nö, nö, nö. Der hat auch nur ein Leben. Alter. Wenn ich jemals wieder dieses Scheiß... Wenn ich jemals wieder so ein dreckiges... Noch einmal so etwas. Noch einmal so etwas. Und ich lasse es. Okay, das war's für diesen Part. Vielen Dank, dass du dabei wart. Bowser, du kleine Verkä... Und schau, bis zum nächsten Part.